Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen aus Bali. Nicht erschrecken wegen meiner Stimme. Ich hatte so einen kleinen Infekt und wir hatten ja jetzt fünf Seminartage. Leider schon vorbei. Ja, sechs Stunden Seminarzeit und sechs Stunden Reden mit anderen Worten. Das hat dann die Kapazität von meiner Stimme ein bisschen gesprengt. Aber es geht mir gut und es waren wunderschöne Seminartage, so ein bisschen vom Ablauf, damit du da mal so ein bisschen eine Vorstellung hast. Wir haben uns um acht Uhr im Seminarraum getroffen, haben gemeinsam ein paar Sportübungen gemacht, haben ein bisschen Yoga gemacht, haben zusammen meditiert und haben uns so auf den Tag eingestimmt. Und dann gab es gemeinsames Frühstück von neun bis zehn und von zehn bis sechzehn Uhr war dann Seminar. Ja, und ab sechzehn Uhr dann Freizeit. Abends haben wir dann ab 18.30 Uhr nochmal gemeinsam zu Abend gegessen und so ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Was haben wir überhaupt gemacht, diese fünf Tage hier im Seminar, mal so auf drei Punkte heruntergebrochen. Jede Teilnehmerin hier hat jetzt, ich sag endlich mal, weil das ist so ein Thema, wo sich viele nach sehnen oder einfach fragen, warum bin ich überhaupt hier auf Mutter Erde, was soll das hier überhaupt, also überhaupt meine Aufgabe hier, was ist mein Lebenssinn, mein Lebenszweck. Und das hat jede Teilnehmerin für sich hier herausgearbeitet, herauskristallisiert. Also jede Teilnehmerin weiß ausnahmslos jetzt, was ihr eigener Sinn und Zweck hier auf Mutter Erde ist. Und der nächste Punkt, den wir herausgearbeitet oder nicht herausgearbeitet haben, was jedem jetzt bewusst ist, wie Mann, wie Frau, wie wir uns selbst unsere Realität erschaffen, tagtäglich, bislang unbewusst und jetzt einfach auf eine gewusste Art und Weise, zukünftig und Lebenssinn, Lebenszweck, erschaffen der Realität, wie sowas funktioniert. Und der dritte wesentliche Punkt, der da nicht fehlen darf, ausnahmslos jede Teilnehmerin weiß, wo sie sich in fünf Jahren befinden möchte und weiß auch ganz genau, wie sie da hinkommt, was also zu tun ist. Denn mir ging es bei diesem Seminar jetzt auch darum, woher ist eine ganz tolle Schaukel, da setze ich mich jetzt einfach mal ganz spontan drauf. Eine ganz große Schaukel. So, jetzt hol ich euch mal ein bisschen mit und schaukel mal mit euch. Okay, wo war ich stehen geblieben? Bei der Fünfjahresplanung, genau. Also mir ging es darum, jetzt nicht nur für die Teilnehmerin hier fünf tolle Tage zu gestalten, tolles Seminar zu machen, sondern, ja, es ist so ein warmes Bad, wie man das manchmal von Seminaren kennt. Man hat ein warmes Bad und ein paar Tage später, wenn man zu Hause im Alltag ist, ist es wieder alles dahin. Sondern mir ging es einfach auch darum, den Teilnehmer wirklich ein Handling mit auf den Weg zu geben. Die wissen ganz genau, was jetzt zu tun ist. Die wissen ganz genau, wie künftig das ganze Wissen jetzt auch in den Alltag zu integrieren ist und haben da einen Plan. Und haben da eine ganz tolle Übung auch zugemacht. Sie wissen auch alle schon jetzt, wie es sich anfühlt, wenn sie in fünf Jahren die Person sind, also die Ziele erreicht haben oder das Hauptziel erreicht haben, was jede da für sich so rauskristallisiert hat. Und wenn man da mal im Gefühl drin war, dann kann man das natürlich ganz, ganz anders verankern und bekommt tagtäglich eine ganz andere Kraft und Energie geschenkt, um da eben auch dann dran zu arbeiten. Ja, also ab heute ist mein erster Feiertag hier auch. Ich lasse jetzt hier auch noch die Seele baumeln. Ich schenke euch noch ein paar Eindrücke hier aus dieser wunderschönen Anlage. Ja, vielleicht dazu noch ein Wort. Also ich wusste ja so ein bisschen von den Bildern, vom Internet her, was mich, was uns hier so ein bisschen erwartet. Und Maria, die Geschäftsführerin hier, kenne ich ja auch noch aus früheren Zeiten, wo ich selbst noch auf Messen unterwegs war. Da haben wir uns kennengelernt. Sie hat ja damals auch im Saarland gelebt. Und also von daher wusste ich ein bisschen, was mich, was uns hier erwartet. Aber ich muss sagen, meine Erwartungen sind bei weitem, bei weitem wirklich übertroffen worden. Im Hinblick auf diese wirklich wunderschöne paradiesische Anlage, im Hinblick auf die Freundlichkeit, im Hinblick auf die Zuvorkommenheit der Menschen hier, im Hinblick auf die Energie, die hier herrscht. Grundsätzlich an diesem Ort hier, also da geschieht Transformation viel, 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 viel leichter, als man das zu Hause einfach, zum Beispiel auch in fünf Tagen arbeiten könnte. Und auch im Hinblick auf die Gourmetfreuden, also das Essen, das bekommt von mir gleich mal zehn Sterne. Das ist also wirklich fantastisch. Da kommen wir auch aus dem Schwärmen nicht raus. Ja, und heute geht's nach Ubud. In Ubud wurde der Film Eat, Pray, Love unter anderem gedreht. Da fahren wir heute hin, einfach mal so ein bisschen, ja, was anderes sehen. Ubud liegt in etwa in Mitte der Insel, also es wird sicherlich auch eine schöne Fahrt dahin werden. Rein für das Auge, da nehme ich euch auch mit. Und jetzt für dieses Video schenke ich euch einfach hier noch ein paar Eindrücke von der Anlage. Hier ist es ganz früh, 6.30 Uhr haben wir erst. Hier schläft eigentlich noch alles, nur ganz wenige, wie ich, sind unterwegs. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Irmgard. Eure Irmgard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017